Nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Baby. Du bist hier, reines Bewusstsein, ohne Wissen, ohne etwas tun zu müssen, ohne etwas zu forcieren. Du hast jetzt überhaupt keine Informationen über meine Worte. Es ist für dich nur Ton, Akustik, Lärm. Lass meine Worte einfach in dich einfließen und unternimm keine Anstrengung, sie verstehen zu müssen. Lass deine Restspannungen, die nichts anderes als Gewohnheiten sind, einfach da sein. Lass sie einfach ausklingen und schau zu, was in deinem Kopf vorgeht. Deine Gedanken sind nichts anderes als Wolken am Himmel oder das Knistern des Feuers. Sie sind kein Problem. Sie sind kein Problem. Alles, was du tun darfst, ist hinzuschauen, hinzuhören, ohne den Dingen einen Namen zu geben, ohne zu interpretieren. Für deinen inneren Frieden brauchst du nichts wissen, nichts tun, nichts können. Sei einfach da. Sei einfach da. Sei einfach bewusst da. ART ний Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020